Herzlich Willkommen bei TheCyvalist. Im breiter Profil kannst du dein Aussehen bearbeiten. Du dir Frisuren, Gesichtsaccessoires, Ausfluss, ändere die Kleidung und Hautfarbe deines Geldes, indem du eh drückst. Ok, zack. Na ja, kann gut sein. Ich weiß nicht, ich bin weh. Glatze wollen ich nicht. Das ist super lila. Alter, das ist der hier von... Oh, wie hieß der? White Street Fighter. Da gab's einer, da hat er die Frisur. Nein. Nein. Bushiger Ball. Nein, ich weiß nicht. Ich glaub, dass sie erstmal so Cleve heißen, aber nicht, dass es ja... Cleve heißen Leonardo da Vinci. Ja, was ist jetzt? Achso. Ja, super. Ja, weil... Ich kann das... Ach, scheiße. Wir lassen das. Irgendwie kann ich da... Scheiße. Okay. Wir haben null Affen. Zufälliges Erscheinungsbild und wenn wir alles gut zu bleiben, wir keine Geschichte. Das letzte an, das ich mich erinnere, ist der Sturm, aber das war kein gewöhnlicher Sturm. Der Seegang war sehr stark und plötzlich war ich von riesigen Wellen und dunklen Wolken umgebe. Zwischen den Wellen konnte ich erkennen, wie sich ein grünes Portal öffnete. Und jetzt bin ich hier, aber wo bin ich? Das war wahrscheinlich der Green Room, wo auch immer ich hier gelandet bin. Ich muss überleben. Vielleicht kann ich etwas Nützliches aus den Kiesel schneiden. Am Strand herstellen. Ja, die schlagen wir gegeneinander und dann gibt es Feuer. Ein paar Gegenstände können mit den Händen gefertigt werden. Drücke 10. Oh ja, ist ja gut. Wird sein. Ja, also. Wir haben wieder raus. Okay. Ein voller Erfolg wie die Handachs. Ganz haften aus zwei Stück. Also. Ich weiß ja nicht, ob ich. Ich gehe aus dem Kiesel Stein. Keine Handachs. Ach doch. Eine Handachs. Anstatt eine Axt. Ja. Zack. Schön alles ein, mein Leonardo. Huch. Was ist das? So, umschalten. Denken wir, was das so. Ähm. Hier. Geil. Oh nein. Ähm. Schließen. Da war nicht, glaube ich, eine Truhe, ne? Kann das sein? Oh, ich muss hier erstmal alles am Kopf tragen. Damit ich was sehen kann. Damit ich was sehen kann. Doch, hier. Sack. Mal erstmal schön am Strand. Wie esse ich die Kacke? Ähm. Fuck. Ah, ne. Sorry. Hä? Habe ich das nicht gegessen. Okay. Das ist so schön. Oh, okay. Das ist so. Das ist so schön. Das ist so schön. Alles einsame. finde den mysteriösen shop gestrandet neu auf der insel du brauchst tipps für überleben besuche den mysteriösen shop wir haben alles möglich was deinen aufenthalt gemütlicher macht du findest uns irgendwo auf der insel Achtung das Leben auf der insel kann für neue Dinge hart sein du solltest dich ein wenig vorrühren ehe du deine reise antrittst so das haben wir auch noch weg zack einmal aus dem holen das lausendes altzweck wird sagt hier kommen hier abredet scheiße ok komm hau den scheiß weg macht schon spaß also ich liebe solche Spiele einfach bauen bauen oh scheiße geil holzkopf mach mal was machen wir für ein barbar barbar Leonardo einsam auf der insel gestrandet suchte er nach einer Frau der er leben konnte versammelte Blütenblätter damit konnte er einen hübschen Hut bauen für seine Gattin was keiner weiß oder wusste Leonardo bildete sich seine Frau nur ein und Wahrheit hat er es immer mit einem Stein getreten das ist sagt baumfeld ähm mit dem kann ich wahrscheinlich nicht drauf ah nein du kannst laufen Ein Affe ist in Gefahr! Ich helfe dir! Ähm, warte, da komm ich nicht ran. Ja, Affenhelfer! Deine Affenfreunde können alles tun, was auch du kannst. Weise ihnen im Modus Affen nach Arm und Rollen zu. Du hast deine erste Schatzkarte erhalten. Schatzkarten findest du im Schatzkartenleiter deines Teilebuchs. Finde einen Ort, auf dem Hült den verlogenen Schatzfeld. Cool, 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 cool. Nein, das wollte ich gar nicht geben. Halt! Affenjoe! Das ist doch kaputt. Hier, nimm das. Das ist das viel besser. Okay, cool. Affennachahmung. Damit ein Affe deine Aktion nachahmt, musst du den Modus Affennachahmung aktivieren. Deine Zeige auf einen Affen platzieren. Und okay, da hoffen wir gut, der Affe dich zu beobachten. Gut, verlasse den Modus Affennachahmung, damit der Affe deine Aktion aufzeichnet. Hau doch mal auf einen Baum. Wenn dich ein Affe beobachtet hat und das Hackenwelt. Ja, geil. Okay. Aber dann braucht der doch jetzt... Warte mal mit. Warte mal mit Affen. So. Lass mal tauschen was. Und jetzt? So. Hier. Du sollst dir nicht am Po kratzen, du sollst hacken. Na scheiße, das ist kaputt. Hier. Schauen wir zu. Und lern. Studiere. Ich weiß noch nicht, wie das abgenommen wird. Monkey. Was ist denn Monkey? Guckst du mir zu? Hast du zugeguckt? Guck was zugeguckt. Ich zeige es dir nochmal. Das Spiel speichern. Und das Spiel zu speichern musst du in deinem Bett schlafen. Aber erst musst du ein Baum. Geh in den Baum aus. Indem du erdrückst. Wenn du nicht zählst. Wie eine Blaupause. Die du in blau... Blaupausen hubest. Platzieren möchtest. Indem du... Linke Maus, dass du drückst. Sobald sie an der Menschenstelle ist. Indem die Maus, dass sie um sie zu platzieren. In der Blaupause kann. Dann umgesetzt werden, nachdem du den Blaupausen verlassen hast. Boah. Gefahren. Anmarsch. Wie in eine Waffe. Helfe deine Familie. Mit Linke Maus. Das ist dann. Und drück da mal eben. Linke Maus. Das ist um eine Speziale. Ganz gefährliche Situation. Mit Dreck. Aus dem Wegrollen. Stimme deine Rolle aus dem... Auf die Moment. Ab. Nimm deine Feinde an. Und meine Kontrast. Ehm, komm mal zu. Alter, ich bin noch ein Baumobus. Leute. Nein, mein Affe. Alter. Oh, Entschuldigung. Ach, geht aber weg los. Zack. Friedermausfleisch, geil. Ist das nicht schön, einfach nur im Freien schlafen. Toll, was brauche ich jetzt? Wie viel habe ich denn gegessen? Ah, ok. Ähm. Ah, ah scheiß ich brauche irgendwie Heu. Ich glaube, wo soll ich denn Heu finden? Gibt es keine Kiste oder so? Ah, jetzt hängt hier fest, das ist doch kacke. Was ist los? Ich brauche eine Liebe. Okay, das kann ich doch alles ändern. Komm. Komm, Joe. Hey, Joe. Erinnert er mich an meinen alten Butler? Jo, komm. Ähm. Dann wirst du dich. Oh. Uh, das ist jetzt geil. Ähm. Bevor ich jetzt irgendwas halte, soll ich mir das fragen wieder. Ach du Scheiße, hier sind Kannibalen unterwegs. Joe, pass auf. Du kannst eine Weltkarte in deinem Tagebuch finden. Im Kartenreiter kannst du Matteo setzen, die auf der Minikarte oben rechts am Bildschirm angezeigt werden. Okay. Untersuchen. Kann verkauft werden. Geil. Tch, tch, tch. Tch, tch. So, er. Überrasst ist leer. Ah. Bleib nicht ewig auf dieser Inselbe draußen. Gilt ist einer. Der ganze Weltkarte. Wir mussten eine weg haben. Das war's. Ja. Boah. Jungen, das sind Tempeldinge. Sacke. Ich brauche, ähm. Wo finde ich denn jetzt dummes Häusermann? Strohbüller. Ach. Ja. Guten Tag, Leute. Oh, Scheiße. Wo hab ich überhaupt das jetzt? Ein Holzstab. Ach, Scheiße. Ich kann ja nicht mitnehmen. Hiiii. Ähm. Ja, ich würd sagen, hier waren wir unser Lagerohle. Jo, du bist da auf dem Bild. Mhm. Cool. Das sind Hasen. Cool. Friedlich wie sonst was. Warte mal, hier war auch noch so eine kleine Puppe. Wisst ihr was? Ich baue das hier echt auf. Das Lager. Red of Sea-Tolift. Eine Sumpfregion ist gefährlich für Monstern, denn dort gibt es eine Menge Insekten, die ich beißen kann. Hans, dir ein Alexi aus alten Knochen, Blütenwörtern und Wasser mischt, um sie dir vom Leib zu halten. Okay. So. Weil ich jetzt keinen Bock hab, jetzt nochmal da hochzueiern, machen wir jetzt hier einfach nochmal unser Lager. Oh, ernsthaft? Ey, das ist doch, warte mal. rein, den gar nicht будет. Oke, sagst man, was Quizächen, warum? Herst, glaubst du. Wie bist du? Inte?" ich brauche ein Lager, ein Lagerraum, aber warte mal, du dienst mir jetzt als Lagerraum. Auch ein bisschen makaber, ne, eine Leiche als Lagerraum zu benutzen? Aber ok, was sein muss, muss sein, wir haben eine Schatzkarte gefunden, Joe. Joe! Wir können speichern, Joe! Wir speichern! Joe, mein kleiner Affe! Speichern und schlafen, ne, nur speichern. Oh, ok. Joe, wo bist du? Lauf nicht weg! Weiß ich, guck mal, was kann man hier noch machen? Ernsthaft? Nicht mal ein Kochtopf kam raus. Da hat er stockt. So! Machen wir mal ein Seil? Okay, dann. Genau. Steintrockner. Wegzocker. Probesurische Schüssel. Ja. Und wo was klug hin. Ich höre ein Summen. Ist hier irgendwie ne Biene? Oh, hier sind Bienen. Joe, hier sind Bienen. Guck mal, da ist noch so eine. Mach schnell! Für Teleporter gelten die Gesetze der Physik nicht. Baue zwei Teleporter, um zwischen ihnen zu reisen. Du wirst einfach jubilen. Ja. Warte mal, das macht doch ein. Ah, warte mal. Warte mal, ich bin so doof. auch die genau auf schneller durch 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 du ich 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 brauche mehr Affen. Ich brauche nur mehr Affen. Alter, jetzt räumt aber auf. Jetzt muss man halt laufen. In den vulkanischen Milionen wirst du verbrennen. Du musst etwas sauberes Wasser finden. Das gibt es noch nicht. Okay, ich möchte eine Schüssel. Die können wir nicht machen. Mein Dank ist dir gewiss. Alter. Affen Tutorial geschlossen. Ja, wir haben das Affen Tutorial gemeistert. Jetzt. Oh geil. Geld. Gold. Ein Bogen. Cool. Ist das etwa ein Tag? Nein, ich wollte nicht schießen. Oh. Ey, das ist so doof, ey. Ich habe so viel Späne. Ich brauche ne Tue. Was ist das denn? Was passiert denn? Ne Fackel. Ja, geil. Ne Fackel. Okay. Ähm. Ich wollte Kohle aufheben. Oh Mann, Alter. Hier. Hier. Was macht eigentlich der Affenschuh? Alter, was macht denn der? Ist gut. Ist gut, Junge. Ich, ich habe nicht meine Truhe. Ich weiß gar nicht, wo ich den schaue. Alter, Jo. Jo. Okay. Bevor, bevor hier Affenjoe komplett ausrastet. Ähm. Cool. Komm. Äh, wo ist der jetzt? Alter, wo ist der? Jo! Alter, wo bist du? Alter, der macht die ganze Insel kaputt. Ich sehe schon mal. Ein Affen, ein Affe außer Brandenmann. Kann ich nicht pfeifen oder so? Dass ich sage, komm her. Hey, wo ist der? Nein, Affenjoe, du. Du machst dir alles, Alter. Der macht alles nieder. Wie soll ich denn essen nur noch? Da ist er. Da ist er. Warte. Da ist er. Voll. Aber Dali, Alter, du machst hier alles. Wie machst du hier? Strohband. Klarerfeuer. Geil. Okay, das machen wir. Oh, das muss ich. Ähm. Komm mal mit, Jo. Dann müssen wir nach Hause. Gute Arbeit hier geht, Leute. Muss er mal eine Truhe finden, Alter. So. Speicher nicht vergessen. Ja. Habe ich ja schon. So, wir brauchen jetzt erstmal ein Lagerfeuer. Wir nehmen weg. Aber nicht zu nah. Und ich kann gut, dass das da drin ist. Abfacke. Kieselbohnen. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Und ich kann auch noch mal eine Bombschlaube schießen. Scheiße. Okay, ja. Ähm. Ja, da können wir uns nicht. Aber. Können wir mal ein paar Sachen rein. Oh, krass. Ach. Ernsthaft. Oh nein, das will ich jetzt nicht. Ich kann. Kann man nicht mehr. Okay. Okay, wir machen jetzt hier noch die Truhe. So. Na, Baumstimme auch noch. Die habe ich ja hier. Hier. Das hat aber. Das hat alles im Lieder nie gemacht. Was im Lieder zu machen gilt. Klack. 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 Ah, ja. Ein kleines. Kleiner Alkan, ne? Oh. Oh, wir können kochen. Oh, wir können kochen. Oh, die heiße. Fleischspieß. Aber mit Fleisch? Haben wir aber nicht. Was ist denn? Das geht schon immer. Das kann ich. Werben habe ich immer. zu finden. Oh, die ist aber groß. Geil. Ähm. Das ist gut, weil... Ich fange jetzt erstmal alles rein. Dann sammle ich den Kram von Joe ein. Und dann sehen wir uns... Das machen wir auch mal. Wir sehen uns dann gleich. Wieder bei der Demo. Ich kauf das Spiel. Alter. Das ist so geil. Das ist so cool, ey. Geh jetzt hier schlafen. Also. Abonnieren den Kanal. Bimmeln die Glocke. Daumen nach oben. Kommentieren. Like das Video. Tschüss. Tschüss.